US-Präsident Donald Trump in der nordkalifornischen Stadt Paradise. Der Ort wurde von den Waldbränden nahezu vollständig zerstört. Der US-Präsident zeigt sich betroffen. Es sind die tödlichsten Waldbrände in der Geschichte Kaliforniens. Mindestens 80 Menschen kamen bei den Bränden ums Leben, fast 1300 Menschen werden noch vermisst. Für Experten ist der Klimawandel für die Brände mitverantwortlich. Für Trump hingegen ist das schlechte Forstmanagement schuld. Und der Klimawandel ohnehin keines der großen Probleme der Menschheit. Hat Trump seine Meinung nach dem Besuch in den zerstörten Gebieten geändert, fragt ein Reporter. Die Feuer im US-Bundesstaat Kalifornien haben riesige Ausmaße. Allein der Brand in Nordkalifornien konnte sich auf fast 60.000 Hektar ausbreiten. Nach Angaben der Feuerschutzbehörde wurden davon inzwischen 55 Prozent eingedämmt.